Yo Leute was geht und heute ist euer Andi am Start und wir haben heute nur eine 7 Minuten Aufnahme und wenn die Aufnahme plötzlich einfach abstoppt, dann weil ich jetzt keinen Speicher mehr habe und ja, würde ich sagen, also ich habe eben eine Aufnahme schon gehabt, aber die ist gefailt, hat einfach aufgehört zu machen, also zu aufnehmen und da habe ich jetzt mit mir eine Rüstung gecrafted und dafür habe ich noch 2 Eisen gehabt, dann habe ich hier noch alles reingemacht, also habe ich als erstes noch hier die Sachen angezogen, an die unnötigen Sachen hier rein, zum Beispiel das, 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 das und das Schwertmuster mit, habe ich auch noch gemacht, so und fackeln, so also bin ich noch schlafen gegangen und ich gehe ein bisschen ins Mikrofon, dass man mich besser hört Ja Leute, würde ich mal sagen, dann fliegen wir zu dieser Stelle Hier waren so viele Tiere, die habe ich auch noch alle gekillt, also ich cutte jetzt, dass ich jetzt alle Tiere gekillt habe, weil das ist für die Aufnahme halt Ich habe eben so viele Tiere gekillt, aber dann ist die auch noch im Arsch gewesen, habe ich mich verlassen, ohne Speichern gemacht, extra, dass ich alles nochmal neu machen kann, für euch Aber, äh, es frisst noch, äh, es scharf Ja, auf jeden Fall Leute, mach's gut und bis gleich Jo Leute, bin wieder da und die Gegend hier ist entzitiert, kann man so sagen So, und wir geben uns jetzt in die Höhle Und hier waren eben richtig viele Mops, das weiß ich noch, also wo ich die Welt noch nicht gespeichert habe Da ist schon der Erste Na, wie geht's? Ah, ich habe auf jeden Fall noch ein pinkes Schaf gefunden Ich finde jetzt erstmal erstens noch LOL, aber ist nicht gerade das Besonderste, denke ich Aber auf jeden Fall, ich versuche heute Diamanten zu finden Wenn ich jetzt Diamanten finde, ist schon nice Ich kann ja fliegen, Gott sei Dank, weil ich so eine Einstellung habe, wegen LP Mink Danke, LP Mink Ähm, ja, na was, ich wollte eigentlich noch alles gerade betonen, das ist nur leider Oh, wie lange ist die Aufnahme schon wartet, Leute? Okay, ähm, es ist nur leider eine 7 Minuten Aufnahme Und, ja Ich kaufe mir mal bei der, man muss ja bei der Xbox mit Geld, ähm, Texturpaket und so kaufen Und wo bin ich jetzt hier gelandet? Au, shit, ich habe richtig Schiss bei so Sachen Schon wieder Geld am Start Ich baue gleich das Gold ab So Eins, zwei Drei So, und jetzt noch hier ganz das Eisen Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Wenn ich an Diamants oder so vorbeigegangen bin Weil das wäre richtig ärgerlich Natürlich habe ich, okay, ein Koppel habe ich dabei So, okay, das wird richtig lange dauern, aber egal Ach, wenigstens Lapis Ah, das ist immer ein bisschen gruselig Nein, ich brenne Wo ist Wasser? Oh, da Oh, Rettung Ich gehe mal ganz, ganz What the fuck, was habe ich jetzt angegriffen? Also da Keine Ahnung Oh no Oh no Explodier Creeper Ich darf jetzt nicht sterben, das wäre jetzt so richtig später, weil ich habe jetzt ein bisschen Kohl, ähm, Eisen gesammelt Und da ist wieder ein Creeper Ich will doch nur Diamanten, ey Ich brauche ein ganz bisschen Koppel Nein, da baue ich gerade noch die Kohle ab Aber Gott sei Dank, habe ich Sticks dabei, habe ich Sticks Die habe ich weggelegt Scheiß Mann, ich hätte gedacht, ich hätte die Sticks dabei jetzt Okay, dann baue ich mir jetzt erst noch zu mit diesen Ja Ja Erzählt von euren Gefühlen Ne, war Spaß Ähm So Okay, übrigens ein bisschen hier Auf welcher Höhe sind die ungefähr Das kann man leider nicht bei der Xbox sehen Oh, wenn ich sage, ich habe jetzt ein bisschen Kohle Äh, Eisen Und da ist bedeutet, wir wetten, dass da irgendwo eine Höhle ist oder so Also ich bin die ganze Zeit in der Höhle, aber egal Okay, Bedrock, sehr nice Also Ich brauche mich jetzt die ganze Zeit hoch Äh, ich komme jetzt eh in irgendeiner Höhle auf So, okay Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich Kein Essen, Leute, ich habe kein Essen, ich habe kein Essen, ich habe kein Essen Okay Okay, er backt irgendwie gerade Okay, wir durch Ich brauche mich ganz kurz mit den letzten Steinen, die ich hier habe Hoch und dass ich weiß, dass ich wieder hier war Oh, ich habe ein bisschen Koppel lieber Ui, lecker Schmecker Ach, das ist eine Kuh Ach, hier ist vorn immer wieder neue Tiere Das finde ich sehr nice irgendwie Höh, bap Doch nicht Nein Bis zum nächsten Mal Chunt Bis zum nächsten Mal